Freunde der Bewegung, herzlich willkommen auf unserem Kanal und bevor wir mit unseren ganzen Videos, Technikvideos, Live-Videos loslegen und du einfach so mit und Sport machst, möchte ich einmal kurz das Thema Kontraindikationen erwähnen, denn egal was wir hier auf unserem Kanal hochladen, ist mir immer wichtig, dass die Durchführung und Ausführung sicher ist. Das bedeutet, wenn du Komplikationen in deiner Therapie aufweist oder sogenannte Kontraindikationen hast, ich blende euch dazu gleich eine Folie ein, dann bitte nicht teilnehmen, das ist ganz wichtig, ja, sondern zum Arzt gehen und dich einmal prüfen lassen und auf Sporttauglichkeit testen lassen. Wenn der Arzt sagt, yes, go, du kannst machen, mitmachen, dann ist alles gut, aber ansonsten bitte alles mit Vorsicht betrachten und schauen, dass du dich nicht verletzt und auch wirklich keine Gefahren im Training entstehen, das ist mir ganz wichtig. Ansonsten steht der Teilnahme nichts im Wege, habt ganz viel Spaß und sportfrei. Vielen Dank.